Jetzt haben auch weiße privilegierte Frauen Probleme und aber POC Frauen oder eben der, die das andere Frauen haben noch mehr Probleme, weil da noch viel mehr Ebenen dazukommen. Labellisierung, Stereotypisierung, Ausbeutung, Hass und Hetze, die ganze, die neuen Faschisten aus Kastrationsangst haben sie jetzt auch neue Opfer gefunden. Und das sind Feministinnen, LGBTQ-Frauen, Migrantinnen. Also von denen werden diese Frauen nochmal angegriffen. Dann natürlich vom Patriarchat. Und das nächste ist eben auch, was sehr selten gesagt wird, unser Label ist jetzt mittlerweile in der Kunst auch so eine Ware geworden. Es hat etwas Positives, weil dadurch unsere Themen mainstreamig werden, aber es hat auch etwas Negatives, weil durch den Mainstream geht die Essenz dessen vollkommen verloren, was es eigentlich heißt. Das heißt, Feminismus kann man jetzt auch auf Coca-Cola draufklatschen und dann ist es jetzt eine feministische Coca-Cola. Aber es ist es eben einfach nicht.